so da sind wir ja und weiter geht es mit elden ring yes 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 was für eine verrückte folge die letzte ich habe da nur eine kiste eine schatztruhe aufgemacht die hat uns in so einer bizarren welt teleportiert und dann habe ich gespeichert am ort der gnade dann habe ich aktiviert in einen und dann wurden wir jetzt hier zur tafelrund feste teleportiert aber okay in der tafelrund feste versammeln sich befleckte die der führenden hand der gnade folgen ein uralter friedenspakt untersagt sämtliche kämpfe an diesem ort dass das symbol der tafelrund feste zeigt dass dieser frieden noch hält die tafelrund feste befindet sich außerhalb dieser welt sie kann nur über orte der gnade erreicht werden und über der karte okay schließt das noch mal vor jetzt sind wir ganz woanders ich guck mal direkt die karte was einmal hier einmal da oben einmal da oben ganz rechts und jetzt sind wir hier und da liegen die seelen irgendwo da wollte ich eigentlich hin wir gucken uns erst mal hier an das ist ja quasi der nexus und den habe ich aber bis jetzt vermisst hier in dem spiel da gibt es ja jeden teil gibt es ja diesen ort wo die sich alle versammeln hier die ganzen npcs guck mal wie das hier aussieht tafel der gnade rasten achso das ist halt ein großes feuer okay alles klar es gibt nichts neues dann gucken wir mal was die alle so erzählen ja ne hier wird hier nicht gekämpft waffen weg dann kurz mal den waren oh this is a rare occasion i can't remember the last time a new tarnist made their way to the round table very well as your senior i bid you welcome it is safe here you may let down your guard reden reden ja wir sind mein besucher okay 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 sonst ist nichts anderes zu sagen und so gehen wir mal zu denen hin oh ich sehe dass du gerade gekommen bist willkommen zu der round table hold ich bin corin ich bin corin ich zeige dir incantationen die strength hat uns mit den zwei fangen und ich habe die segreter der goldene ordre damit dass ein Tag wenn ein Tarnischt von der round table hold ich sehe alles ich sehe alles ich sehe alles wundervolle News anrufen und studieren anrufen und studieren wahl da sind die Marke wahl zu das sind die Wunder also okay, halt eine kleine Menge okay, halt EURP und die von verbündet in der Nähe sind das Giftbelastung und halt Vergiftungen, erhöht die Magieschadenresistenz erhöht die Feuerschadenresistenz entfesselt eine Schockwelle, die Gegner wegstößt lässt kurzzeitig eine Flamme aus eurer Freund schießen genau, mit der Flamme schleudert einen Tosen, okay, dafür braucht er Glaube, ne brauchen alle Glaube okay so, haben wir gespeichert da sind die ganzen Helden hier ok das okay da sagt auch nichts mehr Neues? Was sagst du? Dialos. Okay, werden wir die finden. Okay. Okay, werde ich sagen. Ich musste das machen. Okay, wir gucken uns weiter um. Schöner Kamin hier. Das ist gar nichts. Okay, mit Yama geredet. Hier geht es wohin? Tür ist blockiert. Aha. Das ist der Schmied, ne? Das ist der Schmied, wo wir die Waffe weiter verstärken können, ne? So, Zimmer. Gesicht ist neu. Aber das spielt keine Rolle. Zeigt mir eure Waffen. Lass uns schmieden. Waffe verstärken. Brauchen Seelen. 800 Seelen. Ah, Schmiedestein, ne? Zwei Schmiedesteine braucht er nur. Ich dachte, er braucht danach anderes Zeug. Okay, braucht nur Seelen, ne? Kann er halt ein bisschen verstärken. Okay, Kriegsasche. Die kann er hier auch so drauf tun, ne? Okay. Kriegsasche duplizieren. Zu Verwärmung mit Äxten. Valente, okay. Duplizieren. Verlorene Inventar. Verlorene Kriegsasche. Verkaufen kannst du auch. Über die Kette an eure Beinen. Ich sehe, du hast die Schmiede gesehen. Nichts Besonderes. Ja. Ich bin ein Prismerer und diese sind meine Schmiede. Ich bin verabschiedet. Ich bin verabschiedet. Ich bin die schmiedenden Schmiede für euch Folle. Das ist alles zu dem. Ihr seid hier gefangen. Ich bin die Schmiede. Okay, weitererzählt er jetzt nix, ne? Kriegsasche Waffen verstärken. Ah, da können wir die anderen Waffen auch verstärken. Genau, das habe ich gesucht. Ah. Oh, die Waffe kann auch noch verstärken, ne? Oh. Oh, schwebt der Verpflanzung, Alter. Plus eins ist das schon. Der macht all die Waffen besser. Alle. Okay, dann haben wir den auch jetzt mal kennengelernt. Hier geht es nicht weiter. Hier geht es nicht weiter. Da kannst du auch nix machen. Ach, der braucht halt diese Steine. Ja. Und Schlüssel. Und zerbrochen. Da war es für ein Nexus. Hat doch noch einen Stein. Der war alles schön dekoriert hier. Oh, da ist ne Schatztruhe. Schwarz. Armbrust. Okay. Alter, das geht hier jetzt ab. Hier wird er noch einen Schlüssel. Was kriegt er denn? Okay. 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 Die Piz bucht ja Assassinen. Was war ich denn damit? Wahnsinn. Wahnsinn. Gibt dies ein Studierender Kleriker, um neue Anrufungen zu erlernen? Den da oben meinst du, oder was? Ja, wir haben jetzt zwei Schlüssel, die er verschwendet. Vielleicht werden wir das ja alles gebrochen. Hier ist auch Ende. Okay, dann geht es wieder hoch. Okay. Okay. Greetings, Great Champion called by Grace. Ich bin Fia. Die Umstände haben mich geholfen in der Rundtablen. Großartig. Kannst du mich behalten? Aber kurz. Vielleicht könntest du mit mir ein bisschen von deinem Leidenschaft. Und dein Stout-Heartig. Das macht mir die Wärmung eines Champion. Und du, ich bin sicher, wird ein Baldekin gehalten. Du denkst, dass es vielleicht völkert ist? Wo ich komme, ist es ein Heiliger Akt. Ah, meine Dank. Großartig. Du bist... sehr warm. Segen der Fenstermans. Okay. Ja? Ja? Was du fühlst in deinem Leidenschaft, war ein Baldekin's blessing. Though es ist aber fleeting, ich bin Angst. Komm zurück zu mir, wenn du eine andere brauchst. Ich werde dich in meine Arme, so oft wie du brauchst. Hm. Dann haben wir das auch erledigt. Sagt dir noch was? Kriegen wir noch was dafür? Ja? Komm her. Aber nur, wenn wir was dafür kriegen. Geheim sprechen, siehste? Haben wir daraus freigeschaltet, ne? Ja? 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 Na gut. Dann hat die... Was ist das denn für ein Spiegel? Charakter anpassen. Achso, man kann ja noch jetzt ändern. Okay, okay, okay. Wir bleiben so wie wir sind. Erstmal. Okay. Wir haben jetzt keine Sägen. Hier ging es ja nicht weiter, ne? Da gab es nur den Spiegel jetzt, oder? Das brauchen wir nicht. Das auch nicht. Okay, der Schmieds. Ein Gebetsbuch überreichen. Der Assassinen. Aufrufen und Studieren? Das haben wir da auf mehr freigeschaltet. Der euch verbirgt. Das haben wir freigeschaltet, ne? Erzeugt einen dunklen Bereich, der euch verbirgt. Das haben wir freigeschaltet, ne? Verstimmen und verringert, äh, Sturzschein und Sturzgeräusche. Okay, verlassen. Tja, und hier ist nach wie vor noch zu, ne? Ja, ich denke mal, so nach und nach erscheinen dann immer mehr Leute. Da eh. Da eh. Da eh. Da eh. Da eh. Was wollt ihr? Da eh. Hm, gibt ihr uns einfach. Ohne... Ohne gar nichts. Uh. Kann ich erstmal kaufen. Was haben die denn jetzt? Okay. Was ist denn hier für das Jäger? Alter, was ist das alles hier gibt, ne? Magische Speicherplätze. Oh, die haben die Waffen, ne? 70, 100. Dreitags für 800. Guck mal, ein Schild, ne? 100%. Dritter Helm. Das ist auch cool, ne? Mal so eine Rüstung. Das wiegt ja alles. Trickspiel des Kumpfingers. Nimmt Gestalt als Wirt der Finger an. Jetzt nimmt Gestalt als Gast an. Krass, echt. Echt, ne Klangperle. Die reden nicht, ne? Klangperl zum Anbieten. Keine Klangperl zum Anbieten. Also, die brauchen ne Klangperle. Vielleicht reden die dann mit uns. Oh, sorry. Was ist denn hier so dunkel bei euch? Schaut doch mal Licht an. Da sagt gar nichts mehr. Hab ich halt die Tür geguckt, ja, ne? Da ging nix. Noch einen Weg übersehen hier. Das war die Tür, die nicht aufgeht. Die ist blockiert. Ja, genau. Ja, das war es jetzt schon, ne? Denk ich mal. Hier haben wir schon alles kaputt gemacht. Aber wo geht es denn darunter? Uh. Ich bin einfach mal gesprungen. Invasion? Warum Invasion? Ich dachte, man darf ja nicht kämpfen. Oh, weia, ey. Muss das denn jetzt sein? Hm. Aua, 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 aua. Nein. Das hat der denn für Moves drauf. Darf ich denn hier nicht sein? Oder wieso werde ich jetzt hier Invasive? Tafelrunde. Tafelrunde. Was ist das denn alles hier? Was ist das denn? Schlüssel des Parts, ha? Das kommt ja bestimmt, ne? Hallo. Okay, du bist gut. Du bist gut. Oh, jetzt hat der Frost gemacht. Nein, 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 nein. Nein, weg, weg. Das ist zu gut. Das ist zu gut. Der hat zu krasse Moves drauf. Was war denn dieses Pata? So eine Waffe, ne? Was sah das aus? Waffe. Das hier. Ist das das für das Wunder? Und? Ich kann das nicht nutzen, weil wir keine... Kein Glauben haben. 30 Glaube? Alter... Verkaufen wir. Verkaufen wir. Okay, wir machen ja ne Pause. Ich sage danke. Und ich sage auch, bis zum nächsten Mal. Alles klar. Tschüss.